jo meine leute willkommen zur formel 2 mit den predictions aus umgaben budapest mit den hauptrinnen featureways saison 2022 los geht's heute um 11 uhr 35 live auf sky sport f1 das hauptrinnen featureways gewinnt clemo nubalak herzlichen glückwunsch dahinter auch zu markus armsturm vor denis hauger vierter wird ayuno iwaza dann auf 5 philippe drogovic dahinter kommt liam lawson ins ziel projekturen dann wird 8er juri wipps und 9.10er wird theo pusher und richard ferschoa so dass was von der formel 2 aus umgang mit dem hauptrinnen featureways prediction saison 20 22 so wenn euch das wieder gefallen hat lasst ein däumchen nach oben da vergesst kein abo dann nehme ich das glöckchen das nicht vergessen zu schreiben dann verpasst ihr keine benachrichtigung auf dem channel und bis deiner good west ciao so 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 so